Okay, und da sind wir auch schon wieder, wir sind raus und... Genau, in der Decke war einfach ein Loch und da konnte man rausschwimmen. Genau, weißt du, wo es lang geht? Nö, keine Ahnung. Also ich vermute, hier haben wir dann auch alles. Ja, das müsste der nächste Gang sein. Das sieht gut aus. Und hopp, sehr schön. Okay, das war ein superer Sprung. Ja. Außenrum zuerst oder erst da oben rüber? Weiß ich nicht. Weil das führt zum selben Weg. Glaube ich nicht. Was? Ähm, hier gibt's nix? Nope, du wurdest verarscht. Zuh? Krabbel ich halt hier hoch, ist auch egal. Da ist noch eine Feder. Ja, und das ist eigentlich der Weg. Feuerwerk! So, das war aber hier noch nicht alles. Lol. Schiebt der sich da hoch. Hey, Kamera! Was machst du? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Sieht interessant aus. Hier kann man keine Ego-Perspektive machen. Vor der Küste aus. Genau, die Drehung in der Luft, dass du hier abschneidest. Oh, okay, alles klar. Na toll. Yay! Hä? Du musst die schieben. Ja. Das ist Mini-Golf. War schon gemerkt. Ist nun gar nicht so einfach mit dem... Mini-Bällchen. Ja! Hey! Hey! Nein! Zu weit, yo! Oh, shit! Holy! Kann ich dich nicht irgendwie schlabbern oder so? Machst du mal? Ja. Toll. Nein. Oh, kannst du! Wuhu! Komm mit, du blödes Bällchen! Toll! Komm, gib Gas! Da geht's nicht durch. Was machst du denn da? Da geht es durch. Komm mit, du blöder Ball. Da ist der Schalter rechts. Du musst sie auf den Schalter bringen. Geh doch andersrum. Komm ich aber nicht hin. Äh. Na eben nicht. So. Okay. Was zur Hölle? Oh, lol. Hätte ich vorher mal den Weg freimachen sollen. So, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Was hat das denn gebracht? Das weiß ich eben nicht. Irgendwie gar nichts. Du bist ja auch hochgeflogen. Vielleicht läufst du jetzt mal den Weg hoch und guckst, ob es da irgendwas noch gibt. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Weg ist. Ich glaube da. Oh, das ist nicht der Einzige. Machst du alle kaputt erst mal die scheiß Pilze. Ich spawne, glaube ich, neu. Okay, dann das nächste. Aber du hättest die Quest vielleicht annehmen müssen vorher bei dem Brett. Das weiß ich nicht. Und ich sage ja, die spawnen neue, dünnen Dinger. Komm her. Okay, das war seine Quest, die wir einfach so gemacht haben. Jetzt ist die Frage, hast du beim Hochgehen trotzdem noch Federn vergessen? Hier rechts zum Beispiel, lang unter der Brücke. Ich weiß nicht, ich bin kein Troll. Ich wohne nicht unter einer Brücke. Na, okay. Nee, die habe ich eben gesammelt gehabt. Ja, okay. Okay, dann weg hier. Oh, na, lol. Mist, ich habe gedacht, das klappt. Ich wollte einmal cool sein. Von hier aus gab es noch einen weiteren Weg da hinten links. Ja, gucken wir mal. Da oben siehst du Federn. Oh, der Kürbis hat eine Quest für dich. Hey, Olle. Hey, Olle, zuverlässiger. Wenn Echsen gehen wollen, er müsste ein Ende von groß erreichen, bevor Zeit abgelaufen. Oh, nein. Außerdem, Echsen nicht abschalten, während weicher Symbol auf Bildschirm angezeigt. Ansonsten definitiv nicht bekommen, Pagy. Was? Also was sagen. Na gut. Nicht vergessen, Echsen nicht verpassen. Reifen. Sonst kein Pagy. Gut? Ja, du musst durch die Reifen springen. Ach, du Heiliger. Echsen schlecken. Easy, schieße. Du musst ja nur durch die Dings schlecken. Ah. Fliegen. Ich habe versucht. Weiter schlecken. Wo? Da links. Da. Aber das ist kein Ring mehr. Oh. Vielleicht weiter oben. Ja. Uh, wie fies. Äh. Achso, nee, Quatsch. Runter da. Was? Was? Exakt. Kommt wieder, wenn noch ein... Warst du so langsam? Ja, wahrscheinlich. Wow, ho, ho. Wow. 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 Wo war es denn? Äh. Äh. Da unten. Irgendwo. Ja. Da kommt die Sache schon her. Da ist er. Oh, oh. Du kannst theoretisch auch durch alles durchfliegen, aber das dauert noch länger. Ich glaube, mit der Zunge ist es am einfachsten. Ja. Ich glaube auch. Ja, ja. Okay, diesmal auf schnell. Lass mich anfangen. Schleck. Schleck. Schleck, schleck. Schleck, schleck. Schleck, schleck, schleck. Egal. Egal. Nein. Wow. Wow. Das mit dem Feuer ist echt doof. Wo sind wir denn jetzt nochmal raus? Ah, alles klar. Eigentlich passend. Du kannst aber hier links in die Wolfe gehen, wenn du willst. Dann fängst du mal wieder hier an. Nö. Da rechts. Echse ist der Kürbis. Da. Hey, blöder Kürbis. Lass mich loslegen. Bla bla bla. Wenn Echse Kurs fressen möchte, dann willst du Zunge raussteigen. Ja, ja, ja. Komm, lass mich loslegen. Nein, spring drüber. Ja. Was ist er denn? Blödes Feuer. Geht doch weg. Okay, vier Sekunden noch. Hallo. Kannst du mal abschlabbern? Zehn Sekunden noch. Nächstes Mal einfach drüber fliegen. Äh, ja. Hohohohoho. Mann. Verdammt. Es war so gut. Da unten ist er. Da unten ist er. Krabbe ihn auf den Kopf. Ja. Du blödes Vieh. Ja. Hat geklappt. Ich glaube, ich mache mir das jetzt gleich einfacher. Hä? Ich mache mir das gleich einfacher. Oh. Was? Mein Ernst. Wolltest du da einfach fliegen? Wolltest du da fliegen bei dem Feuer? Nee. Da noch nicht. Wo bist du, Kürbis? Äh, rechts. Rechts. Da ist er. Red mit mir. Das ist aber immer wieder so eine blöde Mission. Egal. Denk dran, gibt es Schlimmere. Wir müssen ein Spiel noch schaffen. Von Rex, was so mega scheiße war für alle Dings. Dass wir noch nicht ein einziges Mal geschafft haben. Mhm. Oh ja. Nice. Tschüss. Tschüss. Das war der beste Run diesmal. Ja, weil ich mich nicht mit dem Stein noch 10 Sekunden aufgehalten habe. In die Röhre. Dann kannst du wahrscheinlich wieder unten direkt. Ja. Sehr gut. Also, ein bisschen getrickst. Und geschummelt. Aber. Da ist der Kürbis wieder. Ja. Ah, okay. Brauchen wir nicht nochmal reden. So. Dann. Irgendwo waren doch ein... Schauen wir doch mal kurz in den Dings. Was wir überhaupt jetzt noch haben. Ah, 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 ah. Ivory Tower. Oh. Wir sind durch. Warte. Ach, doch nicht. Nein, noch nicht. 22 noch und 3 Pages. Mhm. Und hier den Schmetterling und die Energie. Ja. Oh. Da hinten ist Feuer. Da könnte es vielleicht weitergehen jetzt. Da waren wir gerade eben wegen den Pilzen. Ach, echt? Ja. Ich glaube, ja. Ja, ja, du hast recht. Dann gehe hier rundherum mal weiter und gucke, ob es noch einen weiteren Gang gibt. Ich meine, wir werden ja irgendwo die Federn schon finden, wenn... Wenn wir welche sehen. Dann wüssten wir, dass es da weitergeht, meine ich. Vielleicht da hinten? Ja, weil die Plattform hier warst du vorhin auch schon, oder? Da kamen wir her. Mhm. Da ist die Paprika-Tante. Oder Maiskölbchen oder Oma. Oder Spongebob. Ja, das ist wieder auch. Denn weibelig. Okay, ich glaube, ich glaube, da vielleicht noch am Brett. Das da, dass es runtergeht. Gibt es da echt nichts mehr? Da hast du da eben schon... Ja, aber kommt man da nicht auf die andere Seite? Könnte man gucken. Da links siehst du Röhre. Muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Gegebenen Fallschau. Oh, ich bin Pagy. Oh, Pagy. Okay. Jetzt war so klar. Kapitel B hat mich hinter diesen grauenhaften Plattform-Kurs gesteckt. Der muss aber echt viel Langeweile gehabt haben, Kapitel B, ne? Der muss schnell sein, wenn er dieses Heilschloss öffnen wollte. Das hat ja voll gut funktioniert. Hm. So kann man jetzt auch resetten. Ich warte noch keine 45 Sekunden. Da ist das mit den zwei Ladebildschirmen, glaube ich, schneller. Am besten nicht, äh, den Turbo-Roller machen. Was'n Glück. Nö, ich bin gesprungen. Oh, wie fies, ey. Ähm, okay. Okay. Gibt's nichts auch nisch. Wo geht's denn weiter? Ich würd rüberfliegen. Boah, drei Sekunden. Aber jetzt musst du dir noch mal ein paar Federn holen. Ich weiß. Ich hab'n Federn gelassen. Nein. Was ist ein Blödsinn. Hey, 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 Federn. So. Nicht mit da liegen. Ist einfacher drüber zu fliegen. Ich hab' schon alle gesammelt, oder? Ja, aber nee, kommen noch welche. Am Ende des Parcours hast du welche ausgelassen. Pff. Volltreffer. Hier, oder? Dahinter. Fliegt drüber. Ja. Ist einfacher. Stimmt. War alle kaputt. Waren das alle Federn? Sieht so aus. Aber alle in der Welt, mein ich. Das war ja jetzt schon wieder ein paar. Das weiß ich nicht. Ich find' schade, dass man immer wieder selber zu dem Level hinscrollen muss. Schöner wär's gewesen, wenn man direkt von dem Level die Anzahl hätte. 13 Stück und 2 Pages. Alles klar. Schade. Dann raus hier. Wahrscheinlich ist da nochmal irgendwo eine Röhre, in die wir noch rein müssen. Vermutlich ja. Okay, also hier. Vielleicht hier in der Mitte nochmal runter. Ich mein', wir haben nur eine Röhre gefunden. Vielleicht gibt's da unten noch eine. Könnte gut sein, ja. Oder eine Höhle oder sowas. Genau, da waren wir drin. Tada, was ist das? So nah, schrei. So nah, schrei. Yay. Gib her. Guck mal, du hast dein neues Tonikum freigeschaltet. Wir haben den Schmetterling. Komm ich bald besuchen. Jetzt fehlt die Energiezelle noch. Aber ich glaub nicht, dass die Energiezelle auch noch hier ist. Nee. Okay, hier unten ist wirklich nichts mehr. Nope. Hier ist nichts mehr. Aber trotzdem gut, dass wir hier nochmal geguckt haben, wegen dem Schmetterling. Ja. Schönes Ding. Ich glaub hier jetzt an einem Insel-Dings hier ist alles weg. Da unten ist ein Schalter. Ach. Oh nein, das ist eine Blume. Da hinten waren wir. Da ist der Riesenkäfig. Die Welt ist ja überall etwas erweitert. Das heißt, da hinten, wir können mal dort, wo die Flöße waren und so. Wir haben das jetzt alles auf einem Platz hier erledigt. Ja. Da links sind die Flöße. Da hinten, siehst du? Bock. Nö, ich sehe nur einen Baum. Ja, okay. Da waren wir auch schon. Genau. Das war der Kinderwagen. Tuh. Hatten wir Rexro in der Welt gemacht? Geh mal bitte gucken. Ich glaub, das war das scheiß Level. War das nicht das mit den Bienen? Ne, war das nicht das mit den Bienen. Ach doch, hatte ich das eben. Warte mal, warte mal, warte mal. Das haben wir auch mit den Piranhas. Sicher das? Ja, wir sind zu Piranhas geworden. Aha. Mist. Was fehlt uns denn dann? Fehlt uns echt, Rexro. Oh, hier. Ne, warte. Ne, das ist das wirklich mit den Bienen. Da hinten? Guck mal links. Da? Ist da jetzt was? Da hinten federt. Mhm. Oh. Oh, shit. Gott, das schaffst du. Oder vielleicht auch nicht. Oh, mein Gott. Da hinten ist das Land. Egal. Das passt. Und ich vermute, ich weiß, was hier noch gleich kommt. Falls du den lustigen Wagen meinst, den haben wir schon. Nein, das meine ich nicht. Ich könnte ja schon mal ein bisschen üben. Ja, falls du die Wolke meinst, keine Ahnung. Hm, vielleicht. Das wäre denkbar. Da haben wir schon. Und dann haben die Federn jetzt einfach nur hier zur Erweiterung hingeklatscht. Mehr ist hier nicht. Könnte sein. Das war die Bosshaustüre. Hab ich jetzt hier alle Federn? Geh mal zu der gelben hier hin. Die steht nämlich zweimal in der Welt. Ich verstehe nur nicht, warum. Ich auch nicht. Hey, Oma. Hey, Günder. Seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Nein, nicht wirklich. Aber wir können mal gucken, was wir alles haben. Oh, wir haben ein neues Tonikum erhalten. Geladen. Oder? Mal gucken. Wohlläufer ist okay. Erhalt ein mächtigen Wunsch. Warum nicht? Federn können wir auch jederzeit so sammeln. Ja. Oh, ich spüre, wenn selten Objekte in der Nähe sind. Oh. Ernsthaft. Aha. Da finde ich das mit Jäger vielleicht gerade sinnvoll, wenn wir so viel suchen. Ist auch cool. Kein Schaden. Ja. Komm. Wir nehmen mal den Jäger. Ja. Weep. Prima. Dann ein sehr beliebtes. Eine sehr beliebte Wahl. Jetzt müssen wir nur einen Schatz finden. Guck mal. Da kann doch nicht sein, dass da irgendwie nur sechs Federn waren. Da ist doch bestimmt einfach noch mehr. Hm, hm, hm. Also hier ist jedenfalls nichts mehr. Äh, ich kam vorhin nicht aufs Dach. Wieso kommt man jetzt auf einmal aufs Dach? Keine Ahnung. Tja, dann würde ich mal den Rest der Welt noch abchecken, wenn die Federn auch auftauchen können bei alten, alten Plätzen. Hm. Wo gehen wir denn dann jetzt am besten gucken? Einfach überall rum. Sind das Federn? Äh, nein. Nein, nein. Nur leuchtende komisch coolen. Ich bin der Meinung, wir haben hier irgendwas unter Wasser nicht geschafft gehabt. Oder nicht vollständig. Diese Röhren? Wäre möglich. Ja, muss man in beide Röhren reingehen. Hm. Das sind halt diese Parcours-Dinger und vielleicht haben wir irgendwo auch Federn vergessen. Könnte sein, ja. Na okay, müssen wir halt durch. Ja, kann das sein, dass wir hier nicht weiterkamen, weil wir diesen Dreher nicht hatten da links? Um die Scheibe zu brechen? Kann sein. Gucken wir mal. Ja, weil wir waren vor Capital B hier. Wow. Tada. Das war mal ein Flug. Oh. Die Federn pfeifen. Wegen der Schatzsuche. Aha. Nice. Na also. Toll getroffen. Total. Ich wusste es. Das war so klar. Öffere Federn. Erst mal den Bodyguard hier von der Plattform schützen. Hätten wir das vorher mit dem Schatzsuche gehabt. Das wäre super, aber das haben wir ja gerade eben erst bekommen, glaube ich. Ich sagte runter mit dir. Na ja, dann sei halt tot. Was richten, zielen und feier. Das war knapp. Und ich habe eine Feder gehört. Da. Oh shit. Oh, wir haben alle Federn in der Welt. Ist wieder ein Pagy gewesen. Ja. Oh Gott. Ich glaube, du bist schneller, wenn du hier nicht den Sport machst. Ich muss den machen. Du kannst bis zum Rand laufen. Solange du auf der grünen Fläche bist, ist es doch nicht grün. Richtig. Es ist nur grün, solange ich den Schalter aktiv halte. Das richten. Und ob wir das schaffen oder nicht, Leute, das seht ihr jetzt. Ja. Das seht ihr jetzt noch. Shit. Nein. Okay, vielleicht ohne das Tor beräumen. Was ist das denn? Das ist der Rückweg. Ah, okay. Okay, vielleicht reicht es auch, wenn wir so rollen. Lass mich durch da. Nein. Fuck, verdammt. Du hättest nicht einfach gut aufrutschen. Durchrutschen können. Durch sein. Fies. Toll, das heißt, du musst direkt aber anfangen, wenn du den Dings machst, springen. Das habe ich ja eben gemacht. Oh. Und dann bin ich abgerutscht. Komm. Das wollen wir jetzt aber noch meistern hier. Ja, ja. Nein, nein. Nein, nein. Komm schon. Lass mich durch. Matsch, zerquetscht. Oh, ist das fies. Da klappt der erste Sprung, der zweite geht daneben. Egal. Ja, ein bisschen quälen wir euch noch. Man. Schön durch die Ohren fielen. Nee, das ist jetzt. Shit. Ach, man. Ist doch nicht wahr, ey. Das ist aber auch fies. Und los. Genau dazwischen gesprungen. Ich glaub's nicht. Ist das heftig. Hm, dumme Baumstämme. Okay. Einfach drauf los. Wird schon schief gehen. Ja. Wow. Okay. Aber egal. So. Wie es weitergeht. Ja. Fahrt ihr beim nächsten Mal, würde ich sagen. Meinst du? Das ist direkt hinter der nächsten Tür geht's weiter. Ja, aber... Ja, okay. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.